Wir sind in der Sicherheitszone. Die feindliche Drohne über uns! Ich kann mich heilen. Ja, ich muss die Platte entstanden. Wo ist es? Was ist es? Wir sind hier im Panzerung. Feindliche Drohne über uns! Sie sind markiert. Ich bin nicht gemeint. Die Drohne ist in der Luft. Radar suche wird gestartet. Ich bin nicht gemeint. Ich bin nicht gemeint. Ich bin nicht gemeint. Der letzte Einsatz geht gleich los. Bringt es schnell zu Ende. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Ich bin nicht gemeint. Verbreitete Ausrüstungslieferung unterwegs! Ja. Ja. Du kennst, das gibt einen Sieg. Ja. Jetzt müssen wir uns wieder ein wenig beruhigen. Die auf dem Dach. Ich bin wieder nervös. Schon wieder nervös. Was meinst ihr, wo ist der letzte Kreis? Bei uns gerade da. Neue Position. Mein feindliches Team jagt dich! Pass auf! Ich ziehe los. Oh Mann, ich werde gejagt. Oh Scheiße. Egal, ich bin geil. Wir sollen noch da reinkommen. Fick ich sie gleich in den Kopf. Orange. Bist du auf der Schneide? Ja. Auf dem Radar habe ich noch nichts. Die machen jetzt Taktikbesprechung. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. So hast du es unter die besten 25 geschafft. Nicht schlecht. Was? Wieso? 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 Die sind nicht noch gekommen. Die Humus. Jetzt hast du wieder Angst. Aber was machen wir nachher? Scheiss auf die. Was machen wir nachher? Nein. Ich habe ihn immer verletzt. Neue Position. Ziel markiert. Ziel markiert. Neue Position. Schon gut. Für Sicherheitszone auch. Oh, da fühle ich mich mit Chicken Fries. Ich habe ihn nicht mit den Böding. Ich habe ihn nicht mit den Böding. Ich habe ihn nicht mit den Böding. Koordinat! Neue Position! Das Gas breitet sich aus! Sicherheitszone wird verlegt! Zehn sind noch übrig! Nicht nachlassen! Ich höre Schritte rechts von mir! Oh, wir sind genau nach der Kiste! Hinten! Hast du so wichtig? Da kommen noch mehr von dort hinten! Ich muss so stehen! Scheiße! Wir werden hier beschossen! Kontakt! Keine fünf Ziele mehr! Packen wir es an! Wo ist die Angst da? Vorrücken zu meinem Big-Punk! Wir schiessen auf dich! Wir schiessen auf dich! Machen wir es! Wir schiessen auf dich! Ja, Mann! Söh! Ihr verdammte Wichser! Du Pisses! Ich f*** euch alle! Ja, Mann! Alle bin ich gebeten! Ich bin nur ein Schafs-Wichser. Nur dank dir, weil du auf den Geschoss hast, der mich ganz killen wollte. Und ich habe mich selber gehalten. Ja, Mann! Da Eichel-Pilz! Schimmel-Pot. Ja, Mann! Mann, ich bin gerade voll ausgerollt. Alter! Sonntag um 11 Uhr. Um 3 Uhr. Da scheinen meine Nerven. Geil. 14. Aber du siehst nur deine Perspektive auf meinem Video. Ja. 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 Ja.